Okay, was wird die Digitalisierung in der Hochschule in den nächsten fünf Jahren am meisten beeinflussen? Ich glaube, grundsätzlich geht es jetzt erstmal darum, dass die Politik im Zug ist, hier in diesen Fragen und Paktverlängerung Entscheidungen zu treffen, damit die Hochschulen auch Sicherheit haben, bei den tollen Projekten, die jetzt angelaufen sind, wie kann man was weiterführen und in welche Richtung kann man noch weitergehen. Ich glaube, darüber hinaus geht es darum, und da sehe ich auch eine große Verantwortung beim Hochschulprogramm Digitalisierung oder eventuell auch bei einer neuen Lehrgemeinschaft, die gegründet wird. Das, was an toller Arbeit an den einzelnen Hochschulen gemacht wird, von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, sichtbar zu machen, Vernetzung zu schaffen, damit die Energie des Tuns, die wir jetzt schon geschaffen haben, weiterhin am Pakt gewinnt und in der Dynamik erhalten bleibt.